Ja, es ist natürlich beisamer auf der Szene für das Linzer Eishockey, das so geplagt wurde die letzten Wochen. Und heute picken die Bozener, die Black Wings Linz. First of all, congrats for heading to the playoffs. Brian, as you heard, the pick has started and breaking news, Bozen has picked you guys. So what's your reaction? Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, ab was freut man sich am meisten Bozen? Du hast das jetzt erst realisiert. Heute sprechen wir mal vielleicht über die Partie. How relieving is it, that you did the playoffs? Ja, sehr. Letzte zwei Saisonen waren stark für uns, für die Fans. Und ich bin sehr stolz über die Büschen, über die Fans, über die Stadt, über diesen Verein. Weil wir haben gekämpft für die Saison. Und ja, wir sind in den Playoffs. At the beginning of the season, you started very well, but since December you had problems. How do you look back on the regular season, on the pre-playoffs, satisfied with the way you make? Am Anfang der Saison, wir haben gut gespielt, hart gespielt, sehr einfach. Und dann nach Weihnachten, wir hatten ein bisschen Probleme. Und ja, wir finden unseren Weg für die letzten zwei Monate. Und in diesen Pre-Playoffs, wir haben hart gespielt, stark, einfach. Und ja, das ist unser Spiel. Und wir müssen das in den Playoffs bringen. Du hast angesprochen, gegen Bozen. Jetzt geht's los. Einen Tag Zeit als Vorbereitung, das ist nicht viel Zeit. Trotzdem, aus deiner Sicht, ihr seid in Schwung. Vorteil, Nachteil? Ja, das ist so. Das ist so. Man muss kämpfen, man muss spielen. Und ja, wir hatten wenig Zeit, aber das ist Playoffs. Jetzt hat man nur diesen einen Tag Zeit. Du hast gesagt, das muss so sein. Was ist der Plan morgen? Regenerate John. Das heißt, Eishockey kann so einfach man wohl sein. Und Brian, ich sag trotzdem, danke dir auf jeden Fall. Wünsche dir alles Gute für Dienstag gegen Bozen. Dankeschön. Dankeschön, guys.